One-Track! One-Track! One-Enemy remaining! Och, das... Können wir eigentlich nicht sprechen, Digga. Es ging, es ging um oberflächlich... Also es ging oberflächlich, hatten wir eine sehr hitzige Diskussion im Test. Und fünf von vier Leuten... Connector 2. Anna ist durch? Ich schleiche jetzt hinter den. Oh, guck ihn dir an! Ich hasse mein Leben! Kann Anna von hinten kommen? Nee, weiter rein von dir. Achso, geh rein und geh jetzt ab. Jaaaa! 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 Jaaaaa! Jaaaa! Noch zweimal so, bitte. Ah, der Rest muss weit wegsformen. Ah, der geht gut durch. Warte. Oh mein Gott! Den Shot würde ich gerne sehen, bitte. Die Kirche muss atmen. Stehen allen für den Wahnsinn. Wir sind das Volk. Und ich bin Volker. Und mir... Schmollikan, was geht? Hast du grad ein paar Fackeln über? Ähm, nein. Dann geh ich wieder. Tschüss. 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 Wieder da. Was ist denn das für ein Clip, Chat? Was ist das wieder für ein Clip? Wie wär's mit 2 gegen 2 mit Straßenregeln? Also nicht hier faires 101, sondern wirklich auch mal mit... Ja, und wenn der andere grad auch nicht hinkommen. Ja, so... So wie wir das halt kennen aus NRW. Ja, aber gegen wen? Ja, Matteo. Und... Wir sind... Einfach so einen Straßenkampf machen? So 2 gegen 2? Ich und Matteo gegen Trill und Dalu? Also Blesz bei aller Liebe, ne? Obwohl, Blesz trainiert jetzt. Warte, ich will erstmal hören, was er sagt. Bis ein Team... Aufgibt. Das erste Team, das zwei Tote hat, hat verloren. Sonst auf die Fresse? Okay, das erste Team mit zwei Toten hat verloren. Das heißt, wenn beide Teams nur jeweils einen verlieren und der stirbt, geht's noch weiter. Bis einer dann... Okay, ich verstehe. Okay, alles klar. 2 Meter Team versus 1 Meter, 1 Meter 50 Team, ja. Wenn Trill... Ne, wenn Blesz und ich uns aufeinander stellen, sind wir ungefähr fast so groß wie Dalu alleine. Ja. Seen zwei, links auf der Schräge. Lang, letzter, links. Let's gooo! Ey, warte, 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 was? Geil. Ach, mein Wobbs, brauche ich ja immer automatisch in der Kitchen, ey. Ich glaube, das ist so ein Frauending. Mach nochmal Anlauf, ganz ehrlich. Warte, stopp. Jetzt, jetzt, jetzt! Ist das krank, Alter. Dürfen wir ab? Auf, warte, noch. Nein! Wer war? Wer war? Wer war? Wer war? Ich wollte dich nicht wecken. Ich wollte nur dein Schwert haben. Arra, arra. Und Suki. Hallo. Hallo. Hallo, Boomer. Ich kann Suki wegrammen? Geil. Du willst dich wegrammen? Hä, darum geht's doch heute, oder nicht? Äh, um Rameln? Pass mal auf. Als, als alle erst... Das ist Boomer-Humor. Ich weiß nicht, weswegen ihr den jetzt hier preisgebt. Boomer-Humor? Natürlich. Hä, was? Ja, ich kann Suki wegrammen. Du willst dich wegrammen? Hä? Ach, Mann. Das ist Boomer-Humor. Hallo, es geht um Videospiel und um Autos. Oh, jetzt habe ich einen scheiß Download hier. Äh, fuck me. Ich bin tot. Scheiß, ich habe abgebrochen, weil ich dachte, das Licht geht aus. Ah! 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 ?" Ah! 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 Ansonsten kriege ich noch einen Döner und äh, mach's gut, Mann. Äh, Frau. Okay. Ist okay, ist okay. Frauen existieren eh nicht auf dem Internet. Ja, gut. Ja. Ich muss los. Tschüss. Okay. Okay. Bye. Warum ist das so? Ich hasse mein Leben.